Jau Leute, ähm, ich schätze, ich kann noch einen Part aufnehmen, danach wird meine Festplatte mal wieder voll sein. WTF, was war das? Und... Sind wir gegen die Polizei? Ich glaube schon, eigenartig. Ich frage mich auch, warum wir jetzt als Blackburn auf einmal Russisch sprechen. Höchst ungewöhnlich. Das leckt irgendwie. Ich kann teilweise nicht schießen. Es könnte natürlich an meine Maus liegen, wie es das öfferen schon getan hat. Aber... Oh, fuck. Nein! Nein! Es war doch auch voll unfair. Ich glaube, ich bin bis jetzt in jedem Part gestorben. Außer vielleicht im ersten. B Purph Scherz. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, okay. Ich probiere die Maus. Natürlich im Zweier-Burst-Modus. Oder doch nicht. Dieser Mann hat fliegen gelernt. Und lebt jetzt nicht mehr so. Ich glaub den hat sie erwischt. Verdammt. Verdammt. Er ist tot. Ich glaube wir sind Demi. Doch nicht Blackburn. Hm. Keine Ahnung. Wir kriegen das so schön. Wir kriegen das. Was? Hä? Was war denn das jetzt? Ich kapiere es nicht. Das kapiere ich jetzt nicht. Warum ist die Mission gescheitert? Gestorben bin ich nicht. Der Affe ist nicht entkommen. Wird mein Kollege gestorben oder was? Achso ich muss ihm anscheinend doch hinterher. Mhm. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Let's move out. Komm her du Pisser. Was willst du? Willst du den Anhalter mitnehmen? Nee. Uh oh. Oh. Ah fuck. Hm 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 hm. Ach. Verdammt. E. Linker Maus. Leertaste. Und. Tschüss. Und. Tschüss. Der hat wohl den Zug genommen. Bewusst. Oh. F***. Ach du Scheiße. OMG Wer jagt die ganze Zeit den Falschen? Oh man Donnerlauf Verdammt Das ging wohl richtig in die Hose Aber was soll man machen Wann war das? Vor 10 Stunden 80.000 Toten Explosionsort war die Euronext Börse Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa ich wollte das? Ihr Regierungsspitzel seid echt noch kranker als euch nachgesagt wird Ich will verhindern dass das gleich in New York passiert Wer glauben Sie hat das getan Sergeant? Die PLR und Solomon Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen Wissen Sie wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein Schwachsinn Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant Denken Sie doch mal zurück An die Bank Sie sagten Die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun Echt Dima Unmöglich Ich warte Wir hatten einen Notruf abgesetzt Anvil 3 Teil der Charlie Company Erste Panzer Sie kamen um uns zu holen Miller kam um uns zu holen Das war jetzt Dima in Paris Jo wie es scheint War jetzt Dima in Paris Und Paris ist jetzt nur noch ein Häufchen Asche Wie es scheint Also es scheint so wie ich bin jetzt ein Mr. Miller Und die Szene kennen wir aus dem Trailer 99 Problems glaube ich Aber keine Ahnung Und Jo Die meisten wissen jetzt was jetzt passiert Man kann es ja schon mal ein bisschen umschauen Sieht schon sehr geil aus Schon voll Bock drauf Ja Das wird geil Miller Dürfst du mich Auf Station Verstanden Fahrer Mit Vollgas ausdrücken Es kann losgehen Mein Ziel ist schon total unruhig Okay Hafenbereitschaftsgrad 1 N31233 Irgendwelche Sichtkontakte Bitte melden aus Negativ Noch nichts Okay Alle zuhören Wir sehen uns beide Was Vor uns Feinde Also jetzt nicht so wirklich Das ist nicht so richtig Identifiziere mehrere Panzer Komm schnell näher Feuer Stattlingel abfeuern Unterricht Alle N-VIL-Fahrzeuge rückwider vor uns Scannen und identifizieren Dürfst du Bist gut ausgebildet Die Tatsache nicht unterreilen Uiuiuiuiuiui Wo verhisch denn drüge Bist Den hay Boom Guter Schuss Guter Schuss Alle Entwürfstationen, feindliche Panzer im Sektor zerstören. Und dort ist es. Identifiziere Panzer vor euch, angreifen und zerstören. Angreifen und zerstören. Verstanden? Entwürf. Passt schon. Rauchbereit. Was für den Rauch? Oh, ist das schön. Oh, irgendein Panzer kann das Schnellschraub schießen, ne? Oh, flack. Fuck. Ah, jetzt bin ich ja gerade so schön im Spiel und ich muss schon wieder Tschüss sagen. Tja. Was mache ich denn da jetzt? Ich muss Schluss machen. Yo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Was mache ich denn da? Ja, das war schon mal. Was mache ich denn da? 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 Was mache ich denn da?